Bruno Fernandes, Ball ist wieder weg. Viel mit Auge. Steinpass für João Felix. Tor ist leer, Ball ist drin. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Es sah so aus, als kämen sie durch. Die Gelegenheit geben. Ganz spannende Szene. Sie machen das Tor. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Monty, Ball ist bei Martial.